was hat er hier was der ring der wachsamkeit ich habe schon bessere ringe die habe ich auch schon ich musste nur nach rezept aufbauen können das wäre fantastisch so gibt sie nix ja wie die einfach mal durchspringen können ich darf klettern wahrscheinlich der letzte speicherpunkt den ich sehen werde tote soldaten generator hier sind wir endlich general gaius halt nur einen augenblick senkt die waffen ich sagte so general du musst dich jetzt der wahrheit stellen und was ist mit dir mein freund vor allem ja hieß es du wärst gefallen und was durch die und das durch die hand eines kindes jetzt stehst du ja vor mir lebendig aber als anführer der kreaturen derer tod wir beide wollen du willst ihren tod nicht ich was ist mit dir geschehen cassius cassius erinnerst du dich nicht an deinen eigenen namen was haben wir diese von was haben diese vermaleteiten mundmittel dir angetan wie hast du mich genannt cassius das ist dein name hör nicht auf ihn du bist jetzt ich weiß nicht du erinnerst dich jetzt wieder oder wir beide waren ein unschlagbares duo gemeinsam forbten wir diese welt und gemeinsam können wir das ende zu äh können wir das zu ende bringen was wir begonnen haben du hast dir mir viel zu mord an unzähligen mundblütern und sympathisanten der mundblüter gegeben du hast jeden außer dir der dir im weg stand ja und du hast meine befehle ausgeführt senk dein schwert alter freund zuerst löschen wir ein für alle mal diese mundblüter aus dann befreie ich dich von diesen irrlichtern die deinen geister giften das hör mir zu cassius das war mein name das ist jetzt nicht mehr wichtig und ob das wichtig ist all diese leute die ich getötet habe fidget was soll ich nun mit den einigen wenigen guten taten wieder gut machen du kannst es nicht wieder gut machen das es ging auch nie darum cassius rein zu waschen du bist auch nicht cassius und trotzdem habe ich seinen körper sogar seine seele warum sagst du das immer wieder weil du nicht cassius bist jinn hat diese leute nicht umgebracht jinn hat aurora und schlamming gerettet jinn hat fuß aufgehalten und tattes erlöst und jinn ist der einzige der general gaios noch im wege steht cassius würde die mundblüter vernünftigen aber jinn jinn würde sie retten nein fidget du hast unrecht jinn hat das alles nicht getan dann bist du also endlich zur vernunft gekommen du also bist der zeit jinn ist das jinn ist dead als ist cassius Na gut, dann grillen wir ihn mal. Wenn mich dieser Dott mal lassen würden... Ach, der Backstabber. Okay, kann der General mich nicht treffen oder will er mich nicht treffen? Ach... Ups, da hat er mich gekillt. Na klasse! Okay, der Kampf ist eigentlich relativ leicht. Wenn man dieser Dott erstmal losgeworden ist, aber es ist billig so zu kämpfen. Sein Fehler ist zu springen, weil damit offenbart er sich ziemlich. Aua. Ganz ehrlich, General Gaius ist eine Lusche. Aber er ist größtenteils vollkommen unempfindlich zu Fidgets Magie. Ich wette, da werden eine Menge von euch drauf hingelevelt haben. Ähm... Oh... Das zieht mir doch ganz schön was ab. Warum hat er auf einmal 60.000 HP wieder gekriegt? Mehr Phasen, ha? Du kannst nicht gewinnen, Cassius. Du konntest mich noch nie schlagen. Hör auf mich, Cassius zu nennen! Es gab eine Zeit, als du an meiner Seite kämpftest. Wir waren einst Verbündete. Das ist vorbei, General. Ich bin nicht dein Verbündeter und ganz sicher nicht dein Freund. Jetzt heb deine Klinge oder lass sie fallen. Du konntest mir auch noch nie Angst machen, Cassius. Dann musst du sterben. Oh hey, ein Mondblüter. Woah, 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 woah. Schwarze Magieattacke, ha? Auf die Scheiße fall ich nicht rein. Oh, klasse. Wir haben beide unsere Armee am Arsch. Man kann ihn offenbar in seine eigenen Bomben reinrennen lassen. Was auch sehr schön ist. Oh, yeah! Ich brauche doch ne Menge HP hier. Weißt du Mist, jetzt haben wir wirklich ständig die Armee am Arsch. Die respawnen nämlich dauernd. Oh, Mann. Au. Die Bomben anzugreifen tut weh. Ohoho. Die Autos zu packen und gegen ihn zu schmeißen bringt was. Au. Oh, ja. Den zu packen bringt am meisten. Mein stärkster Angriff ist das. Ja. Ja. Plus 100 HP sind jetzt nicht viel. Na. Na. Boah, ich hatte gar nicht so viele davon. Fuck. Also wenn dieser Kampf wieder neben geht, werde ich auf jeden Fall erst leveln, bevor ich den Final Boss nochmal probiere. Ah. Ah. Ein HP. Nicht gut. Muss ich unbedingt auffüllen. Nein! Ah, Mann. Dumme Scheißkarren. Dumme Scheißkarren. Ah, Mann. Ne, also ähm. Ich werde farmen müssen. Definitiv. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Von Anfang an. Und hier brauche ich offenbar ein... Da ist's. Nicht hängen bleiben. Ja. Haha, toll. Hm. Hm. Lass mal das hier. Hm. 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 Was ist das hier? Ich hatte nicht mal überhaupt vor, außerhalb der Story irgendwas zu machen. Naja. Okay, die sind Gott sei Dank kein Thema. Hier ist auch noch was. Stein der Wiedergebote. Das finde ich aber toll. Links gibt es ja angeblich noch was. Okay, um Leveln kann sich das hier nicht handeln. Die geben zum einen zu wenig XP, zum anderen kriege ich auch keine großen Kombos hin. Sonst noch einer? Nein, gut. Hier ist noch eine Schatzkiste. Irgendwo. Nee, nicht mal. Hier war nur ein Schlüssel. Die Stelle, an der das wach geworden ist. Aber gut, da hier ja nichts weiter zu sein scheint. Gehen wir einfach mal weiter. Ähm, ja. Was auch immer dieses Ding hier soll. Hier stimmt, da war ja eine Fähigkeit drin. Wie können Sie sagen? Wir sind niederen Mistviecher. Oh mein Gott, normale Tiere. Oh mein Gott, die Waldfee. Ich gehe mal weiter. Leichtes Kettennennen. Wow. Früher war das noch viel XP. Jetzt? Nö. Nö. Hier gibt es so viel zu sehen. Wenn dieses Spiel safe zählen könnte, ne? So, mit einem Kampf-Safe-Staten meine ich damit. Dann würde ich den Final Boss jetzt schon machen, aber das Spiel macht das ja nicht. Das kann man halt nur auf Emulator. Oder spielen, die ganz bescheuert sind. Ja, hier ist er eigentlich. Nö, hier brauche ich gar nichts zu gucken. Bitte. Ja, hier ist der Fall dieser Zack-Safe-Staten.